Hallo und herzlich willkommen bei Familiencamping. Wer von euch kennt das auch, eine gebrochene Stützplatte? Sicherlich ist es ärgerlich, wenn diese kaputt gehen. Viermal sind uns die Platten einfach während der Fahrt weggeflogen, ohne dass wir es über euch gemerkt haben. Gott sei Dank haben wir niemanden getroffen. Zweimal konnte ich die Platten, bevor wir losgefahren sind, noch abmontieren. Da uns das Risiko einfach zu groß war, irgendwann einmal jemanden damit zu treffen, musste eine andere Lösung her. Über unseren Instagram-Account sind wir auf einen Hersteller von Titaniumstützplatten gestoßen. Hier ist tatsächlich alles aus Titan, die Platte, der Splint und auch die Achse. Extrem leicht und extrem stabil. Tatsächlich wiegt die Titaniumplatte inklusive Splint und Achse ein Gramm weniger als das Exemplar aus Kunststoff. Die Stellfläche ist nahezu identisch. Die Montage erfolgt wie gewohnt. Und hier noch ein kleiner Tipp. Zurzeit gibt es 10% Rabatt im Onlineshop. Den Code dafür findet ihr in der Beschreibung. Über Fragen oder Anregungen in den Kommentaren würden wir uns sehr freuen. Und nicht vergessen, Daumen hoch und ein Abo hier lassen. Bis zum nächsten Mal. Familie.